ICF Zürich und das ICF Movement präsentieren The Big 15. An Pfingsten 2011 feiert das ganze ICF Movement einen Event, wie du ihn noch nie erlebt hast. Im legendären Zürcher Hallenstadion. Sei dabei und erlebe zwei Tage lang inspirierende Speakers, darunter Reinhard Bonke und Ed Young. Pulsierender Worship mit der ICF Zürich Band, Jeremy Camp Live in Concert, unvergessliche Partys und geniale Gemeinschaft. Hol dir heute dein Konferenz-Ticket auf www.thebig15.ch oder in deinem ICF Media Store. The Big 15. Deine Konferenz 2011.